Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal hier bei Comeik. Heute möchte ich mich erneut mit der Planung einer Rasenbewässerungsanlage beschäftigen. Im speziellen geht es mir um die Fragen, wie viel Wasser benötigt eine solche Anlage um zu funktionieren? Wie viel Druck brauche ich am Anschluss? Wie viele Sprenger lassen sich an einem Kreis anschließen? Was kann ich tun wenn mein Anschluss nicht reicht? Wenn ihr wissen wollt wie die Antwort auf diese Frage lautet und wie ich das Ganze bei mir berechnet und umgesetzt habe, dann bleibt dran. Gleich geht es los. Ich habe mir vor über zwei Jahren eine Rasenbewässerungsanlage in meinen Rasen eingebaut. Meine Anlage besteht aus sechs Beregnungskreisen mit je drei Hunter i20 Rasensprengern. Die Verteilung auf die Kreise erfolgt über zwei Ventilboxen. Eine Box ist mit Hunter ausgestattet. Die andere mit Rainbird. Die automatische Steuerung übernimmt der Beregnungscomputer. In meinem Fall ein Hunter X-Core 801. Mit diesen könnte ich maximal acht Kreise parallel steuern. Zu den einzelnen Komponenten zur Planung und zur Installation meiner Hunter Rasenbewässerung habe ich bereits einige Videos gemacht. Die passende die Playlist sowie eine grobe Übersicht, was ihr an Material braucht, findet ihr in der Videobeschreibung. Da ich nicht der einigste bin, der von null angefangen hat mit einer Rasenbewässerungsanlage, erreichen mich natürlich häufig Fragen. Reicht mein Wasseranschluss aus? Wie viele Sprenger kann ich verbauen? Was wäre die Alternative? Diesen Fragen werde ich hier heute nachgehen. Am Beispiel meiner eigenen Anlage. Bitte beachtet aber, dass ich diese Anlage privat betreibe und meine Tipps nicht rechtsverbindlich sind. Wer sich unsicher ist oder wirklich große, größere, komplexere Anlagen plant, sollte definitiv auf eine Fachfirma zurückgreifen. Um das Prinzip und die Funktionsweise einer Rasenbewässerungsanlage besser zu verstehen, möchte ich mit grundsätzlichen Beginn. Ich beziehe mein Wasser aktuell noch aus einem Hausanschluss. Später möchte ich das Ganze über eine Sisterne realisieren. Einige von euch haben das bereits schon oder nutzen einen Brunnen. Ihr müsstet eure Berechnungen dann entsprechend an die Pumpenleistung anpassen. Weiterhin werde ich die Strömungswiderstände, die sich durch die Rohre ergeben, in meinen Berechnungen nicht berücksichtigen. Ihr solltet euch daher im Klaren sein, dass je länger die Leitungswege sind und je kleiner der Querschnitt der Rohre ist, desto eher müsst ihr abrunden und eben Verluste in Kauf nehmen. Nun solltet eure zu beregnende Fläche vorab bereits grob vermessen und wissen, wo ihr die Regner platzieren wollt. Ein Video, wie man das ganz einfach berechnen kann mit einer kostenlosen Onlineplanung, habe ich ja auch schon gemacht und dieses findet ihr in der Playlist unten in der Beschreibung. Weiterhin benötigt ihr die Wurfweiden der einzelnen Sprenger. Das heißt, da wo ihr später die Sprenger platzieren wollt, messt ihr bis zur entferntesten Stelle, die bewässert werden sollen. Manche brauchen nur vier Meter, andere wiederum zehn Meter. Das macht einen entscheidenden Einfluss, welchen Sprenger ihr später verwenden müsst. Der Druck und die Wassermenge muss am Ende passen, um alle Sprenger ausreichend zu versorgen. Reicht es nicht, benötigt ihr gegebenenfalls einen weiteren Beregnungskreis oder euer Rasen wird dann eben nicht vollständig bewässert. Der Druck und die Wassermenge muss am Ende passen, um alle Sprenger ausreichend zu versorgen. Reicht es nicht, benötigt ihr einen weiteren Beregnungskreis. Euer Rasen wird dann eben durch mehrere Kreise nacheinander bewässert. Das dauert dann insgesamt etwas länger, führt aber letztendlich zum gleichen Ergebnis. Alternativ müsst ihr einen anderen Sprenger verwenden, der weniger Wasser benötigt. Aber auch dieser müsste dann länger laufen. Das Ziel ist es ja schließlich, die gesamte Rasenfläche einheitlich mit dem gleichen Wasserauftrag zu beregnen. Genau aus diesem Grund sollten verschiedene Sprenger auch nicht in einem Kreis kombiniert werden. Denn wenn der eine Sprenger zehn Liter in der Stunde ausbringt, der andere aber nur zwei und beide an einem Kreis betrieben werden, denke ich, ist es völlig klar, dass ein Teil des Rasens immer trockener ist als der andere. Jeder eurer Sprenger wird später mit einem Wasserrohr angeschlossen. Ich persönlich verwende PE-Rohr in der Größe 25. Mein Hausanschluss ist selber nur 26. Das heißt, selbst bei der Verwendung eines 32er Rohres hätte es für mich keinen Vorteil. Grundsätzlich meine Empfehlung aber, je größer der Querschnitt, desto besser. Und wenn euer Hausanschluss mehr hergibt, dann tut von vornherein gleich großzügiger dimensionieren. Das Rohr sollte so verlegt werden, dass die Sprenger parallel angeschlossen werden. Also nicht nacheinander, in Reihe, sondern nebeneinander. Falls das nicht möglich ist, besteht das Risiko, dass am ersten Sprenger zu viel Wasser ankommt und am letzten zu wenig oder gar keins mehr. Mitunter ergibt sich durch die Position der Rohre schon die Anzahl der Sprenger. Es macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, erst das Rohr in eine Richtung des Gartens zu verlegen, um dort zwei Sprenger anzubinden und dann von dort nochmal 50 Meter in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, nur weil diese Leitung noch einen weiteren Sprenger vertragen könnte. In dem Fall legt von vornherein einfach zwei Kreise. Einmal nach links zu den zwei Sprengern und dann nach rechts zu dem anderen. Doch kommen wir nun zur Frage, wie berechnet man das Ganze? Letztendlich ist das völlig simpel. Ihr lest aus einer Tabelle des Herstellers ab, wie viel Wasser euer Wunschsprenger benötigt. Dabei ist natürlich der Wasserdruck und die Wurfweite wichtig. Die abgelesene Wassermenge entweder pro Minute oder pro Stunde eurer einzelnen Sprenger addiert ihr dann zusammen und schaut nach, ob euer Wasseranschluss diese Menge hergibt. Im Zweifel solltet ihr natürlich immer abrunden und auf einen zweiten Wasserkreis setzen. Denn reduzieren kann man den Wasserfluss an den Sprengern im Regelfall immer, erhöhen aber nicht. Doch wie kann ich jetzt diese Kennziffern ermitteln? Um den Wasserfluss meines Wasseranschlusses zu ermitteln, benötige ich letztendlich nichts anderes als ein 10 Liter Eimer und eine Stoppuhr. Ihr positioniert den Eimer am Übergabepunkt, in meinem Fall ist es der Wasserhahn und gegebenenfalls bei euch dann am Ausgang eurer Pumpe. Und dann wird einfach gemessen, wie lange es dauert, bis ein 10 Liter Eimer voll ist. Ihr seht jetzt hier meinen Messaufbau. Ein Eimer mit einer Skala bis zur 10. Das habe ich hier hinten nochmal angemalt, damit man das besser sehen kann. Mein Wasserhahn. Theoretisch könnte ich das auch einfach über die Wasseruhr ablesen. Aber nicht jeder hat eine Wasseruhr. Deswegen machen wir das Beispiel jetzt einfach über den Eimer. Dazu eine Stoppuhr. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie lange dauert es, bis diese 10 Liter über meinen Wasseranschluss hier gefüllt sind. Auf die Plätze, fertig, los! Und wie ihr jetzt hoffentlich gut erkennen könnt, 17 Sekunden, knapp 18 Sekunden benötige ich aktuell, um einen 10 Liter Wassereimer hier zu füllen. Die Berechnung der Durchflussmenge berechnet ihr wie folgt. Ihr nehmt eure 10 Liter und dividiert diese durch eure Sekunden. In meinem Fall 18. Das Ganze wird mit 60 multipliziert, um auf den Wasserdurchfluss pro Minute zu kommen. In meinem Fall sind das 33. Wenn ich das Ganze noch einmal mit 60 multipliziere, komme ich dann auf 2000 Liter an der Stunde. Das Ganze wird immer abgerundet. Immer zum schlechteren. Falls eure Wasserleitung eher begrenzt ist und ihr einen Eimer mit einer Skala habt, könnt ihr auch messen, wie viel Wasser in 10 Sekunden in den Eimer fließt. Das Ganze dann mal 6 und ihr habt natürlich auch die Leistung in der Minute. Den Wasserdruck könnt ihr leider nicht so einfach berechnen. Hier bietet sich an, ein Manometer an den Wasserhahn anzuschließen. Falls ihr keines habt, findet ihr vielleicht den Wasserdruck an eurem Hauswerk oder an eurem Wasserfilter. Notfalls fragt einen Nachbarn, wenn die Leitung annähernd identisch sind. Pumpennutzer schauen einfach in das Datenblatt der Pumpe bzw messen am Ausgang der Pumpe ebenfalls mit einem Manometer. Ich habe einen Druck von 4 bis 4,5 Bar. Das hängt bei mir wirklich sehr stark von der Tageszeit ab, wie viel Wasser in meinem Haus gezogen wird, aber auch in der Straße und in der umliegenden Nachbarschaft. Für die Berechnung unterstelle ich einen Druck von 4 Bar. Nun habt ihr alle nötigen und wichtigen Kennzahlen ermittelt und es kann an die Berechnung gehen. Entweder nutzt ihr den Papierkatalog, falls ihr diesen zur Hand habt, oder er macht es wie ich und geht einfach online. Los geht's, ab an den PC. Zurück am PC. Wie ihr sehen könnt, habe ich meinen Browser schon gestartet und verschiedene Tabs vorbereitet. In dem Sinne vorab einfach noch mal hier die Planungsanleitung für Systeme in privaten Grünflächen. Eine Anleitung von Hunter, wie ich finde, sehr gut gelungen. Wenn man die öffnet, ein PDF, dann seht ihr hier auf 31 Seiten, wie eine Anlage installiert werden sollte, wie man dabei vorgehen sollte. Und auch hier auf Seite 5 seht ihr dann, da wird noch mal darauf eingegangen, inwiefern die Leitungsdurchmesser von euren Rohren Einfluss haben auf die Leistung, die dann an den Sprengern auskommt. Das habe ich, wie gesagt, bei mir jetzt völlig unterschlagen. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Durchaus interessant. Die Links, wie gesagt, findet ihr unten in der Beschreibung. Nun, ich springe direkt zum nächsten Tab in den Katalog. Auch diesen findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Dann seht ihr hier die Getrieberegner. Ich für meinen Teil benutze den i20. Diesen hier. Der hat eine Wurfweite von knapp 5 Meter bis auf 14 Meter, was möglich wäre. In dem Rahmen muss ich sagen, für das, was ich bisher nutze, da bin ich schon weit übers Ziel hinaus geschossen. Es funktioniert. Kein Problem. Aber ich habe dann wirklich teilweise auf die schwarzen Kurzstrahlerdüsen zurückgreifen müssen. Die Düsen, im Übrigen, sind im Hunter i20 frei wählbar. Das heißt, in dem Zusammenhang könnt ihr jetzt hier als Beispiel mal bei dem PGJ diese rote Düse hier, das könnt ihr komplett wechseln. Da gibt es verschiedene Varianten. Alles kein Problem. Kann man einzeln kaufen. Gibt es auch ein Starterpaket dazu. Ich bringe jetzt noch mal direkt zum Hunter i20. Da seht ihr jetzt hier das Produktblatt. Der Hunter i20 ist ein aufsteigender Regner. Das heißt, wenn das Ding nicht läuft, seht ihr davon gar nichts. Dann ist praktisch hier auf dieser Höhe, wenn ihr jetzt meine Maus seht, hier die Grasnarbe. Und dann, wenn das Wasser kommt, also wenn die Anlage unter Druck gesetzt wird, steigt dieser Bereich hier um knapp 10-15 cm auf. Also 10 cm ist die Aufsteigerhöhe, wie sie jetzt hier beschrieben ist. Und besprengt dann den Rasen. Verschiedenste Funktionen. Also ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr zufrieden. Und dann rutsche ich direkt mal tiefer, um die einzelnen Düsen, die es hierzu gibt, einfach mal zu zeigen. Standardmäßig die blauen und die grauen, die sind, soweit ich weiß, inklusive. Also die gab es bei mir mit dazu. Grün und schwarz, die muss man separat kaufen. Da muss man teilweise auch kräftig suchen, bevor man die dann wirklich auch findet. Ich für meinen Teil verwende auf den größeren Flächen die grauen Düsen. Die ermöglichen es, den Rasen zu bewässern, auf einer Wurfweite oder mit einer Wurfweite von 7 Metern bis insgesamt 11 Meter, was möglich wäre. Gleichzeitig habe ich auch auf meinen kleinen Rasenflächen die schwarzen Düsen drin. Und diese schwarzen Düsen, die können dann bewässern eben knapp unter 5 Meter bis auch ungefähr auf 7,5-7 Meter, was möglich wäre. Bei einigen sind noch Zusätze angebracht, wie jetzt hier zum Beispiel dieses LA. Das bedeutet Low Angle oder Low Angle. Keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Und das heißt nichts anderes, als dass die Düse so konzipiert ist, dass der Wasserstrahl relativ flach austritt, nämlich mit 13 Grad statt der üblichen 25 Grad. Also da, wie gesagt, das, was jetzt hier blau zu sehen ist, das kann ausgetauscht werden. Dann habt ihr vorne noch eine Zahl. Das ist letztendlich nichts anderes als die Öffnung, wo das Wasser rauskommt. Je größer diese Zahl ist, desto größer ist eben auch die Öffnung, desto mehr Wasser kommt raus. Das seht ihr dann hier in dieser Tabelle. Da habt ihr jetzt hier oben stehen Liter pro Minute. Eine 1,5er bei 1,7 Bar Druck und 8,8 Meter wäre dann die Wurfweite, die da zustande kommt. Benötigt bzw. bewässert 4,5 Liter in der Minute. Und wenn ich jetzt von 1,5 auf 3,0 gehe, also das Doppelte sozusagen, dann bin ich schon bei 8,4 Liter, die da in der Minute ausgebracht werden beziehungsweise erstmal benötigt werden. Und die Niederschlagsrate, die steigt von 7 auf 9 in der Stunde. So, soviel zu den Düsen. Und nun geht es darum zu schauen, wie viele Sprenger kann ich denn nun wirklich an meinem Wasserhahn anschließen. Die Anlage, die ich euch vorhin gezeigt habe, direkt jetzt der obere Bereich, da habe ich die schwarzen Düsen, die kurzen. Also rutsche ich mal direkt runter hier in diesen Bereich rein, wo die schwarzen Düsen vorgestellt werden. Ihr seht jetzt hier den Druck in der ersten Spalte nochmal in Kilopascal angegeben bzw. Bar Kilopascal. Also kommt im Endeffekt jetzt beides hier der Druck. Dann die Wurfweite in Metern, der wieder hoch der Durchfluss ist, also Kubikmeter pro Stunde bzw. Liter in der Minute. Und dann nochmal die Niederschlagsrate in Millimetern in der Stunde angegeben. Zur Niederschlagsrate sei an der Stelle erwähnt, je höher diese Zahl ist, desto mehr Wasser wird praktisch dann ausgebracht auf die Fläche. Das macht einen Unterschied in der Zeit, die ihr benötigt. Wenn ihr jetzt, wie ich, einen eher lehmigen Boden habt, dann sollte das jetzt gar nicht so groß sein, weil das Wasser, was ausgebracht wird, vom Boden gar nicht aufgenommen werden kann. Das heißt, es würden Pfützen produziert werden. Wenn ich jetzt hier mal als Extremfall die 3 Nuller Düse nehme, dann könnte ich hier in der Stunde 25 Millimeter oder 25 Liter, wenn man so möchte, ausbringen auf einen Quadratmeter. Und das ist schon eine ganze Menge. Da würde mir einfach der Untergrund ersaufen. Das wäre viel zu viel Wasser. Deswegen nutze ich jetzt hier bei mir sowohl bei den Grauen als auch jetzt bei den Schwarzen die 2 Nuller bzw. die 2 Fünfer. Die gibt es bei den Schwarzen nicht, aber bei den Grauen gibt es die. In dem Fall rutsche ich jetzt einfach mal auf die 2 Nuller Düse. Wenn ihr jetzt kleinere nehmen, dann ist es so, ihr müsst halt die Beregnungsanlage einfach länger laufen lassen, um dann den gleichen Ertrag zu haben. Das heißt, die gleiche Wassermenge auszubringen. Und Faustformel meiner Meinung nach, je lehmiger der Boden ist, desto kleiner sollte diese Zahl sein. Habt ihr einen eher sandigen Boden, dann sollte die Zahl eher groß sein, weil dann doch das Wasser relativ schnell und gut versickern kann. Ich rutsche jetzt zur Düse 2.0 in Schwarz. Das ist eine Kurzsprengerdüse und meine Anlage hat 4 Bar. Das ist das, was ich vorhin unterstellt habe. Also zwischen 4 und 4,5 Bar. Ich gehe jetzt mal vom schlimmeren Fall aus. 4 Bar, die die Anlage leistet. Und meine Wurfweide beträgt in etwa 4 bis 5 Meter. 5,5 Meter ist jetzt das, was möglich ist. Über die Einstellung an dem Hunter i20 kann ich aber die Wurfweiden dann doch ein wenig differenzieren bzw. einschränken. Da hat man schon ein paar Möglichkeiten. Der Hunter i20 benötigt jetzt laut dieser Tabelle mit der Düse 2.0 8,2 Liter in der Minute. Das ist dann schon eine ganze Menge und würde bedeuten, dass wenn ich jetzt zwei Sprenger habe, ich auf 16,4 Liter komme und bei drei Sprengern auf 24,6 und so weiter und so fort. Das heißt, ihr schaut jetzt einfach nach, wie hoch ist der Durchfluss in Litern pro Minute. Dann schaut ihr, wie viele Sprenger habt ihr jetzt am Stück an diesen Kreis eingeplant bzw. wie viel hat euch vielleicht das Online-Tool vorgerechnet, was ich ja in einem anderen Video bereits vorgestellt habe. Und dann kommt ihr auf eine Gesamtsumme. In meinem Fall sind das jetzt 24,6 Liter für drei Sprenger mit der Düse 2.0. Meine Anlage bzw. mein Wasseranschluss gibt im schlechtesten Fall 33 Liter her und benötigen würde ich 24,6. Ich könnte jetzt in dem Zusammenhang noch einen vierten Sprenger installieren und würde dann wirklich ganz haarscharf an der Kotzgrenze landen, wenn ich das so sagen darf, mit knapp über 33 Litern. Das hat funktioniert, ja, aber in dem Rahmen, wenn dann der Druck doch fällt, weil im Haus irgendwo ein großer Wasserabnehmer öffnet und ähnliches hat man das an den Sprengern schon bemerkt. Deswegen meine Empfehlung, klipp und klar, im Zweifelsfall rundet lieber ab. Abrunden solltet ihr auch aus dem Grund, dass je länger eure Leitungswege sind, desto höher wird ja auch der Widerstand. Das heißt, das Wasser kommt nach 200 Metern Rohrleitung dann doch etwas langsamer bzw. mit weniger Druck heraus. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum das abgerundet werden sollte. Ich für meinen Fall hätte also in meiner Anlage pro Kreis mehr als die aktuellen drei Sprenger unterbringen können, aber der eine Bereich vom Rasen liegt eher im Schatten, der andere doch deutlich mehr in der Sonne und dadurch, dass mein Wasserdruck doch stark auch geschwankt hat, bin ich dann zu der Entscheidung gekommen und habe gesagt, okay, eine Linie, einen Wasserkreis Richtung Osten, den ziehe ich nach links weg. Da kommen die drei Sprenger ran. Da bin ich mit 24 Litern, also guten 24 Litern dabei, die da benötigt werden. Und ein zweiter Kreis auf der oberen Rasenfläche, der geht dann nach Westen weg, auf die rechte Seite. Dort werden ebenfalls drei Sprenger versorgt. Und so habe ich genügend Kapazitäten an Wasser, um die Sprenger zu bedienen. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Möglichkeit zu sagen, der eher schattigere Bereich, der wird gar nicht so lange beregnet und der eher sonnigere Bereich, also auf der Westseite dann vom Haus, da wird dann doch mal ein paar Liter mehr rausgelassen, einfach um die benötigte Feuchtigkeit dort unterzubringen. Ihr seht also die Berechnung, wie viele Sprenger kann ich an einem Kreis unterbekommen, wie viele Sprenger verträgt mein System. Das ist gar nicht so schwer. Ihr braucht diese Tabelle, ihr braucht ja ein grobes Gefühl, welcher Sprenger der richtige ist. Das seht ihr an den Wurfweiten, an den Wassererträgen, beziehungsweise Ausbringungsraten, die da rauskommen. Und ansonsten ist das einfache Mathematik, indem ihr einfach eure Sprenger, die ihr einzeln habt, zusammenaddiert und schaut, ob die dann in die Anlage hineinpassen. Und um jetzt hier die richtige Sektion herauszufinden, also die einzelnen Spalten, was benötigt ihr nochmal zusammenfassend. Ihr benötigt den Wasserdruck. Den lest ihr einfach mit einem Manometer ab. Ersatzweise vielleicht am Hausberg oder am Wasserfilter irgendwo im Haus, möglichst in der Nähe des Übergabepunktes. Die Durchflussmenge, wie viel Liter schafft eure Leitung in der Minute beziehungsweise in der Stunde. Das ist ja beides möglich hier abzulesen. Auch das könnt ihr ganz einfach ermitteln. Ihr braucht einen Eimer und eine Uhr. Das habe ich euch vorhin gezeigt. Das ist kein Teufelswerk. Und letztendlich braucht ihr nichts anderes als diese Tabelle. Einmal hier mit den grünen und schwarzen, beziehungsweise den blauen und grauen Düsen. Ihr schaut dann einfach rein, welche Entfernung möchte ich beregnen. Daraufhin sucht ihr euch die Düse raus, also die Farbe. Und dann wird einfach in der Tabelle geschaut, Druck, Wurfweite, wie viel Liter benötige ich. Nun kann es aber sein, dass der Wasserdruck bzw. die Wasserdurchflussmenge bei euch einfach nicht ausreichend ist. Oder ihr merkt, Mensch, der i20, das ist einfach zu viel des Guten. So viel brauche ich gar nicht. Ich brauche eine Alternative. Klar, Alternativen gibt es auch. In dem Fall ist das meiner Meinung nach der MP Rotator. Ich selber habe den noch nicht verbaut. Das ist auch ein Rasensprenger aus dem Hause Hunter, der ein ganz, ganz anderes Wurfbild abgibt. Es gibt einmal die MP800 Serie. Da seht ihr jetzt hier unten auf der Webseite schon. Die Wurfweite beträgt 1,8 bis knapp 5 Meter. Und es gibt den Standard-MP Rotator mit 2,5 bis knapp 11 Meter. Der Unterschied zum i20, den ich euch eben gezeigt habe, beginnt schon damit, dass hier die Düsen letztendlich diese runden Kreise hier oben drauf sind, also diese hier, und ihr vorneweg schon das passende Gehäuse kaufen müsst. Beim i20 ist das Gehäuse mit den Düsen komplett verbaut. Da könnt ihr vorne nur diese kleine Düse wechseln. Da gibt es nur das eine Gehäuse. Aber bei der Rotator-Serie gibt es verschiedene Gehäuse, sowohl was die Aufsteigerhöhe angeht, aber auch so kleine Gimmicks wie das Prospray PRS40, glaube ich heißt es. Da ist es so, dass das Gehäuse sogar den Druck, egal wie viel er dort reinbringt, auf 2,8 bar begrenzt. Ich gehe jetzt einfach mal auf den MP-Rotator, auf das Standard. Dann springt das Ganze schon um. Und dann seht ihr hier schon, ihr habt ein völlig anderes Wurfbild. Das sind dann mehrere Strahlen, die laufen reihum und bewässern dann Stück für Stück euren Rasen, eure Wiese oder eure Anpflanzung, so wie ihr das möchtet. Der Wasserverbrauch ist deutlich geringer. Also das ist absolut bemerkbar. Und da kommt natürlich dann eins zum Tragen. Das Ganze muss deutlich länger laufen, um die gleiche Wassermenge auszubringen. Ihr könnt dann hier auf der Webseite einfach durchklicken und euch das Ganze mal anschauen. Ich mache jetzt eins. Ich klicke jetzt einfach mal auf die Betriebsdaten, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze bei dem Rotator funktioniert. Denn beim Rotator ist es so, ihr habt das Gehäuse. Hier ist nochmal das Prospray PRS40, das den Betriebsdruck von 2,8 bar automatisch einregelt. Dann gibt es insgesamt drei Düsen, also diese Scheiben, die da oben drauf kommen. Einmal der MP1000, der ist geeignet für Wurfweiten von 2,5 bis 4,5 Meter. Darüber hinaus der MP2000 von 4 bis 6,4 Meter. Und dann gibt es noch den MP3000, der schafft dann 6,7 bis 9,1 Meter. Die 3,5er Serie geht dann bis knapp 11 Meter. Das ist der große Unterschied. Ihr habt jetzt hier die Düsen, die die Wurfweite von vornherein schon stark vorgeben. Ein weiterer oder ein weiterer riesiger Unterschied ist, dass im Gegensatz zum I20 ihr keinen frei wählbaren Winkel habt. Denn der I20, ihr erinnert euch, da könnt ihr von quasi knapp 10, 15 Grad, ich weiß es gar nicht, aber zumindest bis knapp 360 Grad, könnt ihr das Wurfbild einstellen. Bei den MP-Rotatoren seht ihr hier, es gibt eine Düse in der Variante 2000, die schafft nur 90 Grad. Ihr habt eine Düse, die schafft 180, ihr habt eine Düse mit 210, 270 und eine Düse, die den Kreis schafft, die 360 Grad. Das heißt, in dem Zusammenhang habt ihr zunächst ein anderes Wurfbild, dann habt ihr eine Entfernung, die von den Düsen von vornherein schon vorgegeben ist. Und ihr müsst beachten, wenn ihr dann diese Geräte kauft und die entsprechenden Düsen kauft. Ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ich habe fünf Sprenger, ich kaufe jetzt fünfmal die schwarze Düse. Nein, ihr müsst vorneweg genau schauen. Dieser Sprenger hier kommt in eine Ecke, soll 90 Grad sprengen, also brauche ich von dieser Variante MP-2000, 90 Grad, brauche ich ein Stück. Ich habe einen zweiten Sprenger, der steht an einer Außenkante, der soll praktisch um die Ecke herum sprengen, dann brauche ich 270 Grad. Also in dem Zusammenhang müsst ihr vorneweg einfach schon aufpassen, dass ihr da nicht die falschen Sachen bestellt, wobei diese Düsen relativ günstig sind, meiner Meinung nach. So, wenn ich jetzt den i20 an meiner Ecke vorne 90 Grad Winkel austauschen würde, das werde ich vielleicht tun, also mein Ziel ist es dieses Jahr diesen Rotator erstmalig auf einer kleineren Rasenfläche unterzubringen. Dann kaufe ich mir das Gehäuse, das Pro Spray PAS40 und in dem Rahmen wird meine 4 Bar, die ich ja auf die Leitung gebe, automatisch auf die 2,8 Bar begrenzt. Die Wurfweite von 4 bis 6,4 Meter wird in meinem Rahmen reichen, das passt. Deswegen der MP-2000, 4 bis 6,4 Meter, 90 Grad, das wäre das, was ich für diese Ecke kaufen muss. Die Wurfweite hier 6,1 Meter, was jetzt hier möglich wäre. Und beim Rotator ist es so, 25 Prozent der Wurfweite kann am Gerät selber reduziert werden, ansonsten habt ihr da gar nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kommt hier was Spannendes. Ihr seht jetzt hier, der Durchfluss liegt bei 1,6 Litern in der Minute. Ihr erinnert euch, ich klicke jetzt mal zurück. Der Durchfluss mit der schwarzen Düse 4 Bar lag jetzt hier bei 8,2 Liter. 8,2 und hier sind es lediglich 1,6. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, also wenn eure Pumpe nicht so viel Leistung hergibt, euer Hausanschluss nicht so groß ist oder ihr einfach deutlich mehr Sprenger an einer Leitung unterbringen wollt, dann sind diese Rotatoren eine wirklich tolle Sache. Und dann hoffe ich, dass ich euch jetzt einen groben Überblick geben konnte, wie ihr als Laien, als Anfänger problemlos euch in diese Anlage hineinlesen könnt, wie ihr eine Anlage selber planen könnt. Wie gesagt, die Alternative der MP Rotator oder eben dann der i20. Das ist der, den ich verwende, den ihr auf den Videos schon gesehen habt. Ich bin zufrieden. Ich würde es wieder so machen. Ja, das gebe ich zu. Da kann ich meine volle Empfehlung geben. Den Rotator werde ich dieses Jahr ausprobieren. Mal schauen, vielleicht begeistert der mich noch mehr. Ansonsten was die Installation angeht, wie ihr das Ganze in die Erde bekommt, schaut einfach unten in die Beschreibung. Da habe ich die entsprechende Playlist hinterlegt. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten bin ich für heute schon fertig und sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.